Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Ihr seht, ist die Fabian noch mal da, hat alles gut überstanden. Heute in der Sendung geht es vor allem um das Champions-League-Finale, natürlich auch um die Herz-OP. Wir haben heute zwei Studiogäste, da haben wir auch noch ein besonderes Highlight für euch, aber das werde ich noch nicht verraten. Fabian, erzähl uns doch mal, was du letzte Woche so erlebt hast und auch was wir uns in den nächsten Wochen zu freuen dürfen. Ich war letzte Woche auf einem Herz-Kongress von Prof. Dr. Schäfers am Universitätsklinikum in Homburg und da werdet ihr jetzt gleich einen spannenden Beitrag dazu sehen. Aber bevor wir diesen Beitrag sehen werden, erst einmal zu den News, die von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Karriere Tag. Die Universität des Saarlandes bietet am 4. Juni von 14 bis 19 Uhr in der Hermann-Neubehrer-Sportschule unter dem Motto »Viele Wege führen in die Karriere« eine Veranstaltung an. Um Anmeldung wird gebeten. You can do IT. Am 28. Mai finden im Stadlerzentrum der Universität einige Vorträge über Selbstständigkeit und Unternehmensgründung statt. Beginn 14 Uhr. Club Number One. Unter dem Motto »Pop for Campus« veranstaltet der Club Number One am Freitag eine Party für alle feierfreudigen Studenten. Eintritt für Studenten 4 Euro. Mehrere Getränke-Specials werden an diesem Abend angeboten. Saarländisches Staatstheater. Deutsche Erstaufführung der Tragödie FEDRA. Dieses Stück ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität des Saarlandes, Hochschule für Musik, Hochschule Bildende Kunst sowie dem Saarländischen Staatstheater. Premiere am Dienstag, den 28. Mai um 19.30 Uhr. Karten erhalten im Vorverkauf, telefonisch oder online. Das war's von mir und nun zurück ins Studio. Hast du vor, in den Club zu gehen oder weißt du noch nicht? Also jetzt am Freitag weiß ich nicht, ob ich da hingehen werde, aber ja mal gucken, weil ich morgen Abend noch weggehe. Aber so generell gefällt dir das schon im Club Number One? Genau, ich war auch schon beim Partyroom gewesen. Das war eigentlich ganz toll gewesen. Kann man auch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil da läuft ja auch eigentlich immer aktuelle Musik raus, Hip-Hop. Genau. Also für jeden, der gerne Party macht, haben wir bestimmt auch noch irgendwann einen Beitrag drüber. Ja, aber jetzt kommen wir erst wieder zu unserem Gewinnspiel. Wir waren wieder im Kindergarten gewesen. Da haben die Kinder wieder versucht, uns ein Wort zu erklären. Hatten wir ja letzte Woche schon. Es gibt wieder zwei von diesen tollen Gutscheinen zu gewinnen, vom Book & Site für fünf Euro jeweils. Letzte Woche, da haben wir schon einen Gewinner. Der ist auch schon per E-Mail benachrichtigt worden. Also schreibt fleißig auf der Orga-Seite und wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann gewinnt ihr einen von den Gutscheinen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Beitrag. Und er kann klettern und in den Häusern Weben machen und er kann klettern und er kann klettern und er kann Bösen auch kämpfen. Er kann vom Haus zum Haus springen und er hat Spinnnetze. Aber der macht die Spinnnetze hier raus. So macht er, wenn er so hinterhängt und es dann so behält. Ja, also wenn ihr jetzt gerade eben gut aufgepasst habt und das Lösungswort erraten habt, dann könnt ihr einfach uns auf unserer Orga-TV-Seite bei Facebook eine Nachricht schicken und der Gewinner wird dann per E-Mail benachrichtigt. Ja, und wie ich bereits eben erwähnt habe, war ich ja letzte Woche auf einem Herz-Kongress und in den nächsten drei Wochen werdet ihr dazu jeweils einen Beitrag sehen. Und in unserem ersten Beitrag heute geht es erst einmal nur um den technischen Aufbau, da die OP in einen benachbarten Saal live übertragen wurde, wo zahlreiche Teilnehmer sich das Ganze dann anschauen konnten und dort auch dann dem Professor in den OP Fragen stellen konnten. Ja, viel Spaß dabei. Hallo, ich bin die Fabienne von Orga-TV und ich bin heute zusammen mit Sebastian und Juliana an der Uniklinik in Homburg, wo wir in den nächsten Tagen an einem Herz-Kongress von Professor Dr. Schäfers teilnehmen werden. Heute in der ersten Folge geht es um den technischen Aufbau und die Vorbereitung des Herz-Kongresses. In der zweiten Folge werden wir live im OP dabei sein. Also nicht verpassen, einschalten. Tag 1 der Aufbau. In unserem heutigen Beitrag blicken wir hinter die Kulissen des Herz-Kongresses am Universitätsklinikum Homburg. Wie man sehen kann, musste das technische Equipment erst einmal durch das ganze Gebäude bis hoch in den OP befördert werden. Ja, ich habe jetzt hier den stellvertretenden Geschäftsführer der Firma Mertel neben mir. Das ist der Herr Bastian. Und wir waren heute den ganzen Tag live dabei beim Aufbau, bei dem technischen Aufbau am Universitätsklinikum in Homburg. Die nächsten Tage findet hier ein Herz-Kongress statt und vielleicht können Sie uns kurz ein paar Infos geben, was die Aufgabe von der Firma Mertel hier dabei ist und ihre Funktion. Okay. Ja, wir machen hier jetzt nochmal eine Herz-OP-Übertragung. Sinn und Zweck der Übung ist einfach, dass alle Leute unten im Hörsaal sich live und simultan mit dem Operateur hier oben unterhalten können. Unsere Aufgabe ist, vielleicht kann man das ja mal hier im Hintergrund zeigen, wir machen zwei Sachen. Auf der einen Seite mixen wir hier das Bild zusammen, das heißt die einzelnen OP-Kameras plus die Endokamera, wenn gewünscht, sowie die Bilder des Ultraschalls werden hier zusammen gemixt. Und wir haben auf der anderen Seite das Tonpult, dann werden die einzelnen, ob das jetzt der Operateur selbst ist oder die Erklärung vom Ultraschall, das wird auch wiederum hier zusammen gemixt. Dann geht das Ganze, das kann die Kamera nachher vielleicht auch nochmal zeigen, über ein relativ großes Kabelgewirr, geht das dann hier einmal über eine Glasfaserstrecke und über ein relativ langes Kabel. Also wir sprechen hier von Entfernung Kabelweg von etwa 300 Metern, die überbrückt werden müssen. Genau, das war ja auch dieser Aufbau der Traverse vor dem Gebäude. Der hat heute Mittag schon begonnen. Wie lange sind Sie jetzt ungefähr schon hier mit dem Aufbau beschäftigt? Also in der Regel, wenn alles normal verläuft, dann sind wir in circa vier Stunden sind wir hier mit allem durch. Das Traversentor brauchen wir halt, weil die Glasfaserstrecke es nicht wünscht, dass man mit Autos drüber fährt. Und eine Kabelbrücke will man natürlich auch nicht setzen, sodass der Verkehr reibungslos weiterlaufen kann, setzt man halt dort eben so eine Traverse als Kabelbrücke ein. Und dass bei der OP auch dann alles gut übertragen wird in den Hörsaal. Genau, und wie lange besteht Ihre Kooperation jetzt schon mit dem Universitätsklinikum? Also wir machen das jetzt schon über vier Jahre und in der Regel finden vier OP-Kurse statt pro Jahr. Vielleicht einfach noch kurz, was Ihre weitere Aufgabe in den nächsten Tagen hier sein wird? Unsere Aufgabe bleibt dabei bestehen, weil der Andreas Pohl, der hier am Klinikum beschäftigt ist, der sorgt dafür, dass die OP-Kameras richtig eingerichtet sind. Und ab da übernehmen wir das Signal und wir sorgen dafür, dass die Kommunikation zwischen OP und Hörsaal stabil stattfindet. Ja, dann hoffen wir das auch und wünschen noch einen erfolgreichen Tag. Das war ja schon ziemlich spannend zu sehen, was da alles notwendig ist, um das überhaupt so realisieren zu können, dass man das filmen kann und alles. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wie war das dann generell? Ihr wart ja zwei Tage im Uniklinikum in Hamburg gewesen und was hast du da generell so noch erlebt? Also du warst ja bei der OP live dabei, war das irgendwie komisch für dich? Genau, also wir waren zwei Tage dort gewesen und am ersten Tag hat zuerst mal der technische Aufbau stattgefunden und danach konnten wir auch noch bei einer OP live dabei sein. Was ich im ersten Moment fand, ist etwas komisch zu sehen, weil ich hatte sowas noch nie zuvor gesehen live. Und dann ist halt so der Brustkorb quasi vom Patienten aufgesägt worden. Aber dir ist es nicht irgendwie schlecht dabei geworden? Nee, das nicht. Weil das ist ja schon komisch, wenn man das mal richtig sieht. Ich meine, im Fernsehen sieht man das ja auch öfters mal von Horrorfilmen oder so, kennt man das ja auch. Aber wenn man das mal so live sieht, also... Nee, also es war okay gewesen. Ich fand es zwar etwas ekelhaft, als ich das, als ich jetzt so quasi das offene Herz zum ersten Mal so gesehen habe. Aber ich meine, es war okay gewesen. Also mir ist ja jetzt auch nicht schlecht geworden. Ich fand es eher eigentlich total spannend auch. Und ja, doch, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und am zweiten Tag fanden dann insgesamt fünf OPs statt, die alle der Professor Dr. Schäfers durchgeführt hat. Und da fand eine Aortenklappen-Rekonstruktion statt. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Ja, das seht ihr dann nächste Woche. Genau, ja, das seht ihr dann nächste Woche. Okay. Und hast du dir eigentlich die Sendung von letzter Woche angeschaut? Hast du mal gesehen, wie der Philipp dich vertreten hat? Ja. Und hat das soweit in Ordnung? Also ich fand, dass er das sehr gut gemacht hat, hat mich gut vertreten. Ja, doch, hat mir gut gefallen. Okay. So, und in unserem nächsten Beitrag geht es um Islandpferde. Da waren wir auf dem Turnier gewesen. Und ja, Fabienne, reitest du auch? Oder interessierst du dich für Pferde im Allgemeinen? Interessiert dich der nächste Beitrag jetzt? Oder ist das gar nicht so dein Ding? Ja, also ich war auch mal fünf Jahre lang in einem Reitverein gewesen. Wo warst du dann? Das war in Webenheim, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, bei Gliese-Kassel. Genau, ja. Und ja, aber das habe ich dann irgendwann damit aufgehört, weil ich auch nicht mehr so... Du hast Zeitgrüchen? Genau, ich hatte nicht mehr so Zeit dafür, ich hatte auch noch andere Hobbys. Was machst du eigentlich so? Tennisspielen mache ich ganz gerne oder ich gehe auch noch joggen. Ja, und in dem Beitrag am Anfang seht ihr auch noch mein Pferd. Ist auch ein Islandpferd. Auf dem Hof stehen generell nur Islandpferde. Da kann man auch Reitstunden nehmen. Also ist jetzt nicht nur für Sportpferde geeignet, der Hof. Ja, also wenn ihr mal generell Lust habt zu reiten, könnt ihr da auch hingehen. Ist wie gesagt Niederbecksbach gegenüber vom Sportplatz. Und wir haben jetzt aber mal generell die Gangarten von Islandpferden gefilmt, weil die haben ja zwei weitere Gangarten im Vergleich zu anderen Pferderassen. Und ja, das war mal ganz interessant zu sehen. Und haben auch ein Mädchen interviewt, das da mitgeritten ist. Und da wünscht euch jetzt viel Spaß beim Beitrag. Hallo, ich bin die Annika und das ist die Linda. Und wir befinden uns auf dem Hubertushof. Da findet an diesem Wochenende ein Islandpferde-Tunier statt. Und ja, was sind so die Besonderheiten von Islandpferden? Also die Islandpferde, die haben neben ihren drei Grundgangarten von Krab und Galopp auch noch die vierte Gangart Hölz und die fünfte Gangart Pass. Ja, und die beiden Gangarten werden wir euch jetzt unter anderem zeigen. Schön, dass ihr alle da seid hier zum Aufmarsch aller Teilnehmer. Immer ein schönes Bild, wenn wir Reiter und Pferde in der Bahn sind, hier vom Rexhof vertreten. Dann vom Bonner Zeucherhof. Dann vom Bonner Zeucherhof. So, und das Ergebnis habe ich vorliegen. Wir werden wiedersehen im Finale im Moment auf dem fünften Platz mit 5,53. Frau Lina Jacobs mit Aschkir vom Hochwaldhof. Das ist die Kira, die habt ihr gerade eben reiten sehen. Bist du dann zufrieden mit deiner Leistung? Ja, sehr zufrieden. Ich war sehr toll, war heute sehr gut. Und die anderen Gangarten auch das erste Mal, wo alles gut geklappt hat. Okay. Und wie lange hast du das Pferd? Und hast du das alles alleine hinbekommen? Ja, es sind zwölf Jahre und ich habe es seit sie ein Jahr alt ist und habe alles soweit selbst gemacht, durch viele Kurse und viele Reitstunden. Außer das Einteuten, da habe ich sie halt ein paar Trainerinnen gegeben. Okay. Und seit wann reitest du generell schon Turniere und auch seit wann reitest du mit ihr Turniere? Also mit ihr sage ich jetzt mal seit fünf Jahren und insgesamt schon seit zehn Jahren. Gut, dann danke, dass wir dich filmen durften. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war die zweite Gruppe. So, jetzt habt ihr einen Einblick in die Welt der Islandpferde bekommen. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, nächstes Jahr auch auf das Turnier gucken zu kommen. Der Hubertushof befindet sich in Niederbexbach gegenüber vom Sportplatz. Tschüss! Annika, wir haben dich ja gerade eben jetzt im Beitrag gesehen. Hast du denn schon an irgendwelchen Turnieren teilgenommen oder warst du jetzt auch an dem Turnier? Hast du da teilgenommen? Ja, also in dem Turnier habe ich jetzt ein Mitternachtszelt mitgeritten. Der findet immer samstags abends um zehn statt. Da verkleidet man sich immer. Das ist eigentlich eher ein bisschen auch witzig gemacht. Da gibt es einen Preis für das Kostüm und für ein Tölt eben. Wir haben schnellstens töltet. Wir haben schnellstens töltet. Wir haben schnellstens töltet. Also töltet, das haben wir ja gerade im Video gesehen. Das ist die eine Ganger, die die Isländer mehr haben im Vergleich zu anderen Pferderassen. Ja, da bin ich mitgeritten. Das war auch ziemlich witzig. Da sind insgesamt sechs Leute von Demo Berdushof mitgeritten als Schlumpf verkleidet. Haben wir jetzt leider nicht gefilmt, aber ja, könnte man sich ja auch mal noch überlegen. Das war eigentlich ganz lustig gewesen. Und generell, also früher bin ich öfter Turniere mitgeritten, aber in letzter Zeit ist nicht mehr so, weil da muss man ja als Pferd immer gut trainieren, wegen der Zeit und so. Das nimmt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch, aber macht Spaß eigentlich. Und du bist du mal in der Zeit, in der du geritten bist, Turniere geritten oder gar nicht? Ja doch, also ich habe auch an Turnieren teilgenommen, aber das war jetzt auch eher so Hobby-mäßig. Also eher zum Spaß. Genau. Okay. Gut, so und jetzt kommen wir zu unseren Studiogästen. Philipp und Simon, dann kommt doch mal zu uns. Superbeier, Superbeier. BVB, 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 BVB. Also, da sieht man schon, das ist die Leidenschaft. So, dann sagt uns doch erstmal, wie ihr Fans geworden seid. Seid mal ein bisschen Fan, Philipp. Von Geburt an. Von Geburt an, ja. Ja, mein Vater ist Bayern-Fan und da wächst man dann so mit rein. Und warst du auch schon oft im Stadion, die Bayern unterstützen tatkräftig. Ja, ich war in der Allianz Arena jetzt zweimal und im Olympiastadion viermal. Und in einem anderen Auswärtsstadion war ich auch ab und also laut, dann war ich, die Bayern schon gucken, in Frankfurt glaube ich und in Gladbach einmal. Und was kannst du so über die Stimmung sagen generell im Stadion? Also ist es mal ein Besuch wert, auch für Personen, die jetzt keine Fans sind? Also man sagt ja immer, Bayern hat keine Stimmung im Stadion, das kann ich hier revidieren. Also die Stimmung ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Es lohnt sich auf jeden Fall, in die Allianz Arena zu kommen. Sag Simon, wie war es bei dir? Seit wann bist du BVB-Fan? Also circa seit zwei Jahren. Ich wurde von Freunden eher angesteckt. Und habe mich da total mitreißen lassen und vor allem scheißen. Erfolgsfans. Würde ich jetzt halt sagen, dass ich ein Erfolgsfan bin. Das hat halt einfach Spaß gemacht. Da beginnen schon die ersten Streitereien. Ja, das ist natürlich ganz klar, dass die Stücheleien immer von den Bayern-Fans kommen müssen. Die können natürlich niemanden direkt neben sich akzeptieren. Das ist halt einfach schon immer so gewesen. Und das wird auch immer so sein, ne Philipp? Ja, dann lass ich aber die Simmel nochmal erzählen. Ja, stimmt. Warst du auch schon im Stadion? Ich habe leider ein altes Glück gehabt, mal auf einem richtigen Fußballspiel dabei gewesen zu sein. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mal gehen, ja. Ja, aber am Samstag verfolgt ihr das Spiel eigentlich zusammen am Samstag? Oder wird es da morgen einen Totschlag geben? Wir haben uns schon überlegt, dass es vielleicht besser wäre für uns beide. Wir wollten noch lange, längere Zeit befreundet bleiben. Deswegen gucken wir es besser nicht. Also ihr versteht euch aber eigentlich schon so. Ja, also bis jetzt noch ganz gut. Ich weiß nicht, wie das nach dem Spiel aussehen wird, aber es ist jetzt eigentlich noch ganz komisch. Das ist ja ganz einfach. Die Bayern gewinnen 3-0. Ja, absoluter Blödsinn, wenn ich das mal sagen darf. Warum denn? Seitdem Jürgen Klopp die Mannschaft übernommen hat, befindet sich auf einem absoluten Höhenflug. Ja, und jetzt schau dir nochmal die Statistik von den Bayern an. Okay, okay, also wenn du es an das Thema ansprichst. Wenn du bei Statistiken bleibst, dann lass uns doch mal die harten Fakten angucken. Ja, dann guck dir mal die Champions-League-Finale an. Wie oft war Bayern jetzt schon im Finale? Wie oft war Bayern jetzt schon im Finale? Es ist ja jetzt das vierte Mal. Nein, es ist jetzt das fünfte Mal. Das fünfte Mal, genau. Ja, es ist jetzt das fünfte Mal, aber sie waren schon vier Mal, aber sie haben erst einmal gewonnen. Ja, aber man muss auch erst einmal vier Mal ins Finale kommen. So kann man das natürlich auch sehen. Ja, Doppelmal im Finale. Ja, aber einmal im Finale, aber einmal gewonnen. Erfolgswahrscheinlichkeit 100%. Das hätte damit nichts zu tun. So, dann. Bayern hat eine Konstanz, die auf internationaler Ebene immer da ist. Eine Konstanz, dreimal zu verlieren von vier Finalen. Eine Konstanz, dreimal in vier Jahren ins Finale zu kommen. Wie war das, ich glaube, erstens, wie war das? Also 96, 97. Ja, das ist ganz bitter. Dortmund, erstes Mal im Finale. Ja, also ich muss euch jetzt mal kurz... Dann machen wir aber nichts mehr. Die Fans kann man nicht unterbrechen. Dann achten wir, wenn wir ins Finale gekommen sind. Ja, eben und warum. Nicht, weil es zu schlecht war. Ja, jetzt, ich unterbreche jetzt mal kurz. Also gebt doch jetzt einfach mal eure Tipps ab. Was denkt ihr, wie es am Samstag ausgeht? Jetzt erst einmal der Philipp. Ich sage, so ein, ja, ein enges Spiel. Ich sage 2-1. Sag 2-1, was sagst du? Für Bayern 3-1 Dortmund. 3-1 Dortmund. Wir sollen ja nicht ausschießen. Lewandowski, Suarez. Nein, Hummels. Hummels. Ja, was ist denn eigentlich, wer spielt denn bei Dortmund? Und so, das war ja jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen Diskussion gewesen. Genau, also es war ja lange in der Frage, ob jetzt Mats Hummels überhaupt spielen soll. Da habe ich jetzt am 19.05. die Meldung gelesen, dass er im MRT war und sich der Außenbandriss Gott sei Dank nicht bestätigt hat und dass er also die Abwehr von Dortmund tatkräftig unterstützen kann. Gut. Jan, was wird? Götze wird voraussichtlich nicht, ist ja sowieso das Problemkind, sage ich jetzt mal, weil er halt zu Bayern wechselt. Ganz kurz, was hältst du eigentlich davon, wie das alles so passiert ist mit Götze? Ja, ganz ehrlich, also ich glaube da ehrlich gesagt so als Fan nicht, sondern ich glaube, das ist alles eher so ein taktisches Zurückhalten auch von Götze, dass er irgendwie nicht im Finale gegen mich stehen will und am Ende gewinnt. Ich weiß nicht, ich glaube, der Götze hat die Größe, um jetzt nicht sagen zu müssen, ich traue mich nicht, dieses Spiel zu spielen, weil ich jetzt nach Bayern wechseln werde. Das heißt nichts von, weil ich weiß nicht, was das mit Trauen zu tun hat, sondern einfach nur, wie sagt man dazu, wenn man sich halt zurückhält, das dann ein bisschen zurückhält und jetzt so eine Erforderung ist. Ja, dafür könnte er ja trotzdem spielen. Also ich glaube schon, dass die Verletzung nicht unnötig hochgespielt ist. Ich glaube wirklich, er ist verletzt. Was glaubst du eigentlich, wie das Spiel ausgeht? Also mein Tipp ist, dass Bayern 3-0 gewinnt. Ich bin aber ganz sicher auf der falschen Seite hier. Du bist auch Bayern-Fan? Ja, ihr habt euch falsch hingestellt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also du bist Bayern-Fan auch schon lange eigentlich, oder? Was heißt lange? So seit drei oder vier Jahren bin ich Bayern-Fan, genau. Da kann man aber wenigstens nicht sagen, dass sie auf den Fahrer und Zug aufgesprungen ist. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Ah ja, ich bin jetzt der Fan von der Mannschaft, die immer gewinnt. Es hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber ich glaube, es ist wirklich bei vielen Lopp und Fans mittlerweile zu sagen. Aber ich muss euch jetzt mal unterbrechen, weil wir orakelen jetzt das Spiel ja ein bisschen voraus. Wir orakelen jetzt das Spiel. Ja, wir spielen jetzt ein Spiel mit euch. Das bauen wir jetzt erstmal auf. Fabienne? Ja, warte. Das müssen wir jetzt gerade mal aufbauen. Hast du den Ball? So Simon, ich sagst du dir, streng dich an, weil ich will ja auch, dass die Dortmunder gewinnen. Ja. Von daher... So, also Philipp. Philipp Kick, äh, kennt ihr vielleicht? Das gibt dein Bestes. Könntest du mal gerade das Mikrofon halten, dass ich das aufbauen kann? Hängt hoher. Ja, so, das ist zweimal. So, sollen wir vielleicht kurz noch... Ich glaube, die Regeln müssen wir nicht erklären. Das kennt, glaube ich, jeder. So, okay. So, wie machen wir es denn? Sollen wir einfach das Fünf spielen? Wie wollt ihr denn spielen? Sagt, ihr kennt euch da vielleicht am besten aus. Äh, machen wir... Weiß nicht. Mal Elfmeterschieber. Zwei Minuten oder was und wer die meisten Tore hat gewinnt? Okay, dann macht ihr das mal so. Okay, Anpfiff. Meiner macht natürlich Anschluss in die Besseren. Ja. Ja, die Zeit läuft. Ihr habt noch... Ja, und genau so wird es auch ungefähr im Finale aussehen. Über eine Minute. Moment, ich habe Ansprüche. Ich habe hier noch... Ja, das ist hier schon Zeitspiel. Zeitspiel. Ai, 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 ai. Ja, jetzt... Hat er mir das Tor stehen lassen, also? Schon wieder Zeitspiel. Das ist doch mal stehen hier. Da steht aber immer noch 1-1, wenn ich jetzt zurückgehebe. Ne, 1-0 für mich. Äh, ja, mein... Oh, da war es fast hingewiesen. Simon, das musst du so halten, oder? Ich mache noch... Ich lege noch einen drauf. Ja, leg noch einen drauf. Dann sind wir auf der Sicherungsseite. Dortmund muss gewinnen. Ein Wurf. Das ist ja kein Problem. Oh, da ist es 2-0. Da ist es. Sehr gut, sehr gut. Das gibt es doch nicht. Das schlägt mir jetzt schwer auf den Magen hier. Ja, das kann er jetzt gar nicht haben, aber... Philipp, was machst du denn? Dortmund wird gewinnen. Er ist im Aus, würde ich sagen, ja. Er hat also nie gespielt. Man merkt's. Ja, sieht ja wirklich sehr gut aus. Noch 30 Sekunden. Der ist da drin gewesen. Der war drin. Ja, das war schon hinter der Linie. Der war drin. So, gleich sind es rum. 2-1. Was? 2-1? Ja, ja. Es war wohl... Ja, es war wohl... Ja, es war wohl... Ja, jetzt war schnell. Es ist nicht mehr viel Zeit. Sonst müssen wir die Verlängerung gehen. Also, eigentlich ist es schon aus. So, was steht ja jetzt bei 2. Von daher müssen wir jetzt verlängern. Wir brauchen ja ein eindeutiges Ergebnis. Philipp! Simon, du musst das jetzt drin. Ja, ich weiß. Setz mich halt unter Druck. Ja, also wir müssen jetzt leider... Den zählen wir als Tor. Der war fast drin. Also, ich würde sagen, es ist jetzt unentschieden, oder? Ja, Jungs, wir müssen aufgehen. Nach 90 Minuten. Dann müssen wir wohl gleich bis Samstag warten. Wir müssen das spielen. Ja, wir müssen bis Samstag warten und uns überraschen lassen. Bauen wir mal wieder ab. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ja, gut, ich bitte. Ja, also ihr bekommt euch noch nicht in die Hand. Wir sind alle am Spiel und ihr werdet auch Freunde bleiben und trinken. Und wir, entweder bezahlt er oder ich. So, dann schön, dass ihr da wart. Danke. Und wie gesagt, überlebt den Samstag. Wir werden auch noch. Vermutlich. Danke, wir waren ja auch noch. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen sortieren hier. Genau. So, jetzt kommen wir ja schon zum nächsten Beitrag. Genau. Der nächste Beitrag wurde wieder von Paul gefilmt. Der war diesmal im Seven. Da war letztes Wochenende Uni Royal gewesen. Und er hat in dem Beitrag mal kurz so gesagt, was die Getränke dort kosten, was der Eintritt kostet. Und ja, viel Spaß dabei. Heute läuft im Seven die Uni Royal Party. Die Party für Studenten. Und wir wollen euch mal zeigen, wie es heute hier so abgeht. Der Club Seven wurde 2009 eröffnet und gehört seit Anfang an zu den Eingesatzpunkten zu überbieten. Das Interesse eröffnet die höchsten Standards dieser Zeit und wird für ein unvergessliches Party-Film. Egal ob du Haul, Hip-Hop oder der Letzene herst. Das Seven hat von allem etwas zu lieben und benütigt jedes Wochenende ein neues und total verrichtes Event auf die Beine zu stellen. Aber auch während der Woche lässt Seven es krachen und lädt alle Partierungen jeden Mittwoch dazu ein, ihren Musikreifen für den Tischen nachzugehen. Und wer sich ab und zu mal zu den Infoschänden an der Uni begeht, wird mit etwas Glückwunsch Freikarten für den Mittwochschluss funktionieren. Womit der Eintrittspreis äußerst spart bleibt. Was das Ausgehen wieder attraktiver macht. Attraktiv sind auch die sagenhaften Uni-Royal-Party für Seven es krass veranstalten. An diesem Ende zahlen alle Studenten nur einen halben Preis auf Eintritt und Gefänke. Also verpassen Sie nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist die? Lea. Lea, bist du oft hier in Seven? Ja, ich bin öfter hier. Wie gefällt es dir allgemein im Seven? Ist gut, es ist immer voll, es ist immer was los und die Musik ist auch meistens gut. Max, wie gefällt es dir hier im Seven? Boah, ich bin eigentlich ganz gern hier. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann meistens Seven. Versuch mal den Club Seven mit einem Satz zu beschreiben. Mit einem Satz. Ja, Club Seven ist der richtige Ort, um Spaß zu haben und mit Freunden abzufeiern. Die Leute sind in Ordnung, die Bedienungen sind okay, Musik ist auch immer in Ordnung. Und ja. Beschreib mal Seven mit deinen eigenen Worten. Es ist ein schöner Club, ich finde es super liebevoll gemacht. Auch die ganze Deko. Getränke sind gut, es ist immer was los und die Musik passt. Immer im Fansweb. Ja, auf jeden Fall. Warst du eigentlich auch schon in Seven? Ja, natürlich, da war ich auch schon. Und ich werde da auch morgen Abend wieder hingehen. Das ist ja die Sportlerparty, da war ich schon öfters. Das ist eigentlich ganz voll dort. Warst du dort auch schon? Ja, ich gehe nächsten Mittwoch wahrscheinlich. Da ist hier wieder ein Feiertag, Donnerstag. Da werde ich hingehen, da muss man nur immer gucken, dass man recht früh hingeht, weil sonst kommt man da nicht mehr rein. Da ist immer so ein großer Antrank. Ja, zwölf. Ja, von daher, dass vor zwölf sollte man schon hingehen, sonst hat man da keine Chance mehr. Ja, und wir sind auch eigentlich schon am Schluss unserer Sendung. Nächste Woche könnt ihr euch auf unser Oberthema Herzenssache freuen. Da werdet ihr unter anderem die Herz-O-B-Frau von der Fabienne sehen. Die war ja, wie schon jetzt ein paar Mal erwähnt, im Uniklinikum, hat das alles live gefilmt. Dann ist der Paul gerade in der Stadt unterwegs, da findet nämlich eine Kneipentour statt. Und das werdet ihr nächste Woche auch sehen. Da werdet ihr mal sehen, wo man in Saarbrücken so hingehen kann und nette Leute kennenlernen kann. Ist vielleicht auch ganz passend zum Thema und da könnt ihr euch drauf freuen. Dann bis nächste Woche, immer wieder einschalten um 18.18 Uhr. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss, macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020